Ja, grüß euch. Ich bin der Philipp. Ich bin in Österreich der SalesWeb für Picture. Ich möchte euch da unseren Rideable Hoodie vorstellen. Die Parker Jacket nennen wir es. Hat 5000er Wassersäule und da vorn an der Pocket ein durchgehende Pocket mit zwei Zips. Richtig gut zum Shreden mit einem gescheiten Bund an den Ärmeln und unten an der Hüfte. Liftpass Pocket habt ihr dabei. Alle Seitenteile könnt ihr aufmachen für Ventilation. Und wenn ihr ihn zu habt, ist trotzdem noch da was eingebaut. Die Kapuze ist eben wie bei vielen Rideable Hoodies höher drüber geschnitten über die Nasen. Was auch recht fein ist, wenn einmal der Wind geht oder wenn es einmal ein bisschen mehr schneit. Wenn du noch umdreißt, siehst du, dass er echt gut gefließt ist. Ist natürlich auch aus recyceltem Material gefertigt. Wie bei uns ist innen komplett durchgefließt und echt ein gutes warmes Produkt. Man merkt es auch gleich beim Griff. Es greift sich ein bisschen fester an. Merkt man aber sofort, dass das Produkt definitiv eine gute Qualität hat. Wie alle unsere Produkte, unsere Technik. Wir haben auch da Lifetime Repair Warranty. Das sieht man da auch auf dem Handdeck drauf. Der Grund, warum wir das anbieten, ist eigentlich der, dass wir sagen, wenn du deine Produkte doppelt so lang verwendest, kannst du bis zu 40% auf das Produkt im Fußabdruck einsparen. Und das geht auch ganz easy. Die können zu euch in den Shop kommen. Ihr meldet das an. Wir lassen das in unserem Repair Center oder in einem unserer Repair Center reparieren. Und wir schicken das wieder zurück. Der Kunde kriegt sein Produkt wieder gerne einmal. Dauer mein Handy drauf. QR-Code scannen. Dann seht ihr das. Passt halt super auch zur Philosophie oder zur Mission von PICTURE. Dass man einfach schaut, dass man mit jedem Produkt, dass man die grundsätzlich so gut macht, dass man das auch alles reparieren kann. Und dass die Produkte einfach langlebiger sind. Und man dadurch ein bisschen den Druck auf die Umwelt reduziert. Bis zum nächsten Mal.